Wiesmeier und Kollegen, Ihr Erfolg ist unser Ziel. Das hochqualifizierte Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten steht für maximale Qualität und fachliche Kompetenz. Dabei wird auf Augenhöhe mit Ihnen als Mandanten kommuniziert, damit die Zusammenarbeit vertrauensvoll gelingen kann. Aufgrund der Vielfalt an fachlichen Ausrichtungen der Experten im Team Wiesmeier und Kollegen entstehen wertvolle Synergieeffekte, die Sie als Ihren Vorteil nutzen können. Durch eine permanente und systematische Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter steht zu jeder Zeit das aktuellste Fachwissen zur Verfügung. Wiesmeier und Kollegen sind erfolgreiche Wirtschaftsprüfer in der gesetzlichen und freiwilligen Prüfung von Jahresabschlüssen bis hin zu Sonderprüfungen und der Erstellung von Sachverständigengutachten. Als Steuerberater sowohl für Gesellschaften als auch für Privatpersonen ist das Team Wiesmeier und Kollegen in allen steuerrechtlichen Angelegenheiten Ihr Fachmann. Sowohl in der laufenden Buchführung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung als auch in der Erstellung einer Planungsrechnung für das kommende Unternehmensjahr. Somit wissen Sie immer genau, wo Ihr Unternehmen steht und können unternehmerisch klug handeln. Unsere Rechtsanwälte setzen die maßgeschneiderten Lösungen rechtssicher um und beraten Sie umfassend in den Bereichen des Gesellschafts-, Arbeits- sowie des sonstigen Zivilrechts. Ergänzt wird dies durch Ihre gegebenenfalls erforderliche gerichtliche wie außergerichtliche Vertretung. In der Vermögens- und Finanzplanung überlassen wir nichts dem Zufall. Eine umfassende Planung liegt den Grundstein für Ihren unternehmerischen Erfolg. Lassen Sie sich von uns beraten. Wir überzeugen Sie gerne. Wiesmeier und Kollegen